Hallo, mein Name ist Julian Justus. Ich bin Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Sportschießen, arbeite über Anschlitz und Entwicklung und habe die Ehre, euch heute das neue Anschlitz 9015 in Wandschaft vorzustellen. Ich nehme es mal eben hoch. Man sieht, es ist eine komplett neue Konfiguration von einem Luftgewehr. Modular aufgebaut. Wir haben viele Edelstahlteile verwendet. Die schwarzen Teile sind aus Aluminium, hart analysiert. Man sieht hier vorne, als Vorderschaftsträger verwenden wir ein Carbonrohr. Das ist keine Carbonoptik, sondern ein wirkliches Carbonrohr. Darauf sind quasi der Lauf und die Vorderschaftserhöhung aufgehängt. Es ist ein Gewehr, was vom Spitzensport entwickelt, mit Spitzenschützen entwickelt, für den Breitensport tauglich, für alle einsetzbar ist. Also man kann wirklich sagen, vom Junior bis zum Auflageschützen kann mit dem Gewehr jeder Schütze bedient werden. Ja, jetzt gehen wir mal näher auf den Schaft ein. Im hinteren Teil die Schaftkappe. Neues Design, neue Konzeptionen, noch nie da gewesen. Ziemlich schlanke Bauweise, selbsttragende Bauweise, durch Ringelemente, Verstellmöglichkeiten in jedem Bereich, optimal anpassbar an die Schulter. Durch die schlanke Bauweise hat man als Schütze die Möglichkeit, den geringen Druck, den man in der Schulter über die Jacke transferiert, besser zu spüren und somit wiederholgenauere Punkte zu kreieren. Wiederholgenauigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Von da aus bringt uns dieses Konzept weiter. Wir haben eine Auflagestange, die wir hier sehen. Mit der stellt man sich quasi die Präsurpunkte auf der Brust ein. Ist bekannt von Holzschäften, alten, älteren Aluminiumschäften. Man hat Auflagepunkte auf der Brust. Jedem nach seinem Gefühl, wie er das möchte, kann sich die Stange einstellen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, die Kappe, wie bei unseren alten, älteren Schaftkonzepten zu schwenken. Justiert wird durch Anziehen der beiden T20 Torxschrauben. Wir sind auf Torx gegangen, weil sich es in letzter Zeit einfach gezeigt hat, dass es robuster ist. Durch Lösen des Sperrelementes in der Parallelverstellung. Das ist auch ein weiteres patentiertes Konzept des neuen Schaft-One-Schaftes. Ich löse die Relativbewegungsplatten. Ich habe sie entsperrt und habe so quasi die Möglichkeit, man sieht, die Kappe bleibt absolut im Winkel zum Lauf stehen. Und habe quasi einen riesen Mehrwert durch dieses Schaftkonzept, mir dieses Gefühl, was ich mir in der Schulter erarbeitet und eingestellt habe, auch über Höhenänderungen weiter zu behalten. Fixiert wird das Ganze wieder mit dem T20 durch einfaches Anziehen einer Schraube. Sie sperrt durch ein Element die Relativbewegung der beiden Kappen. Gehen wir einfach zur Längenverstellung des Schaftes. Da haben wir quasi die Möglichkeit, über Lösen der einen Schraube im unteren Teil, den Hinterschaftarm in der Länge zu verstellen, was uns quasi dann die relative Schaftlänge verstellen. Man sieht, das ist jetzt die kürzeste Variante, ist wirklich für ein Juniorgewehr konzipiert. Und in der längsten Variante, man sieht, das ist der Verstellbereich. Das ist ein maximaler Verstellweg, den wir in keinem zuvorigen Schaftkonzept verwirklichen konnten. Und bietet uns quasi die Möglichkeit, das gleiche Gewehr für den Junior, für den Erwachsenen und sogar für aufgelegt Schützen zu verwenden. Ich stelle mir das ein, habe ich meine Einstellung gefunden, festziehen einer Torx und die Schaftlänge ist definiert. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, über die Schaftbacke gehen wir jetzt näher auf die Schaftbacke ein. Wieder der altbekannte T20. Ich löse eine Schraube und kann das gesamte Backenkonzept, Backenkomponente herausnehmen und verstellen. Auf dem Schaft sieht man verschiedene Skalierungen. Auf dem Teleskop, auf dem Teleskopstück haben wir Skalierungen angebracht, die uns eine wiederholgenaue Einstellung ermöglicht. Wir haben die Möglichkeit des Schwenkens der Backe, die uns hier geboten wird, über die eine Schraube. Ich ziehe die Schraube fest und somit haben wir das fixiert. Dann haben wir die Möglichkeit, ich stecke es mal wieder rein, dann haben wir die Möglichkeit, über Lösen der beiden oberen Schrauben den seitlichen Support über eine Feinverstellung vorzunehmen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Backe vor und zurück zu bewegen. Habe ich meine Einstellung dort gefunden, fixiere ich diese Einstellung über die beiden oberen Torxschrauben T20. Die Höheneinstellung ist grob vornehmbar. Ich justiere die grobe Höheneinstellung. Dann habe ich die Möglichkeit, ich muss allerdings den Schlüssel wechseln auf dem 2mm Imbus, löse mir die Schraube und habe dann die Möglichkeit, im Anschlag eine Feinjustierung vorzunehmen. Wie man weiß, ist es verboten, während des Wettkampfs Feinjustierungen oder Justierungen am Gewehr vorzunehmen. Deswegen die Sicherung oder Verstellsperre und Transportsperre. Ich ziehe es fest, es wackelt nichts, absolut hochwertig. Die Teleskopstücke aus Edelstahl ausgeführt, die die Feinverstellung realisieren über eine Schraube, sind damit gehemmt und gesperrt. Gehen wir zur weiteren Möglichkeit der Parallelverstellung des Schaftes. Wir haben, wie hier hinten angedeutet, die Parallelverstellung im Schaftarm. Haben wir im Konzept gleich ausgeführt als Schaftschränkungsvariante. Wir lösen wieder eine Schraube und haben die Möglichkeit, den Schaft dann zu schränken. Bedeutet einfach, der Hinterschaft außermittig zum Lauf zu positionieren. Habe ich meine Einstellung gefunden, wieder mit dem T20, Schraube festziehen, Sperrelement ist gesperrt und es ist wirklich sehr fest. Das sind Stahlelemente und es hat einfach eine sehr hochwertige und optisch ansprechende Komponente auch. An der Unterseite angebracht sehen wir eine Skalierung für die Schränkungsgeschichte. Wir sehen direkt, wir können direkt ablesen, wie viel Millimeter außer Mitte der Hinterschaft zum Lauf sich befindet. Dann haben wir die Griffverstellung, halb bewährt. Durch Lösen einer Schraube haben wir die Möglichkeit, den Griff in dieser Richtung zu bewegen, vor, zurück. Den Griff auch seitlich zu bewegen, seitlich zu schwenken und zu drehen. Fixiert wird die Einstellung wieder durch Festziehen der unteren Schraube. Zum Vorderschaft, zur Vorderschaft der Höhung, auch wieder der T20, Lösen einer Schraube. Dann haben wir die Möglichkeit, den Vorderschaft in der Länge zu verschieben. Jetzt kommt der Clou, das aufgelegte Gewehr, die aufgelegte Variante wird generiert, indem man dieses Vorderschaftselement herauszieht, um 180 Grad schwenkt und wieder hineinschiebt. Somit quasi dieses Auflagebrett in den Gegensätze Richtung zeigt, somit die aufgelegte Variante generiert. Habe ich meine Position dort gefunden, klemme ich das Ganze wieder. Hier, relativ schön ausgeführt bei dem Gewehr, ist die Schwenkung um die Kartusche, die patentierte Schwenkung um die Kartusche. Ich habe die Möglichkeit, selbst bei extremen Schräglagen, dass das Gewehr in der Waage bleibt. Wenn man bei herkömmlichen Konzeptionen mit dem Drehpunkt weiter unten diese Einstellung generieren würde, würde es umkippen. Das ist für den Schützen auch sehr interessant, da der Schwerpunkt dort bleibt, wo er soll. Ich fixiere die Einstellung wieder über meinen T20. Habe dann die Möglichkeit, die Schaft vor der Schafthöhe, auch wieder über die patentierte Parallelverstellung, die man dort eingebaut, dort, dort, sieht, auch wieder durch Lösen einer T20. Wie gesagt, ich sperre damit diese Parallelstücke und kann dort meine Höhenanpassung vornehmen. Relativ geschickt gelöst bei der Variante ist, dass die Skala direkt auf dem Vorderschaft aufgebracht ist. Also man sieht direkt, was ist mein Istmaß von Laufmitte zur Vorderschaft der Höhenunterkante. Wenn man weiß, das sind 90 erlaubt im Regelwerk, stelle ich mir das ein oder nach persönlichem Belieben etwas darunter. Fixiert wird die ganze Vorderschaftserhöhung wieder mit dem T20, durch einfaches Anziehen einer Schraube. Wir sehen, die Ballastierung des Gewehrs ist möglich mit einem Vorderschaftsgewicht, das direkt um die Tube angeordnet ist, um die Kartusche. Wir haben die Möglichkeit des Laufgewichtes und wir haben die Möglichkeit der Tubegewichte, die aus Edelstahl von unten an die Tube angebracht sind, um uns beim Ziel ein wirklich sehr klares Zielbild zu ergeben. Man sieht, es baut nichts auf dem Lauf auf, es hängt unten am Lauf. Dann gehen wir zur Tube etwas näher ein. Die Tube ist aus Edelstahl gefertigt, ist schwarz, diamantbeschichtet, ist eine DLC-Beschichtung und in der Länge durch Lösen der beiden Malenschrauben auf Junior-Variante oder Erwachsenen-Variante mit maximaler Systemlänge von 85 cm justierbar. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit durch eine Prismenschiene, die im unteren Teil der Tube angebracht ist, unser Scud zu fixieren. Wer die alte Variante kennt mit dem Drahtbügel, es gibt etwas Besseres. Ja, das war's soweit. Vergessen habe ich noch, ganz wichtig, auch für die Dreistellungskämpfer, der Handstopp ist auch integrierbar in das System. Man sieht, es ist auch das Dreistellungsschießen mit dem Luftgewehr möglich, mit unserem Konzept. Und somit eins für alle, One. Das neue Anschlitz 9015 im Warnschaft ist absolut ISSF-regelkonform. Es wurde von mir bereits auf mehreren Weltcups diese Saison geschossen. Es wurde vor jedem Start der Technischen Kommission der ISSF vorgelegt und ohne Beanstandung zugelassen. Ja, und aus Schützensicht unbedingt zu erwähnen, sind der neue Anschlitzgriff. Mit der neuen Geometrie und auf der Rückseite der ausgeköpften Form bietet dem Schützen einfach den Vorteil, die Waffe so nah wie möglich an die Brust und so parallel wie möglich zur Schulter zu bekommen. Der Anschlag wird dadurch stabiler und das Gefühl besser. Ein weiteres Plus bei dem Gewehr ist der Abzug. Darauf näher einzugehen, ist der neue 4K-Abzug verbaut. Wir haben da eine patentierte Wippenlagerung eingebaut. Meiner Meinung nach der beste Anschlitzabzug, den es zur Zeit gibt. Auch wichtig zu erwähnen sind, dass alle belastbaren Elemente im Schaft wirklich aus Edelstahl-Teilen gefertigt sind und sind mit Hochfest. Trotz der kratzilen und schlacken Bauweisen. Man sollte es einfach mal in Anschlag nehmen und ausprobieren. Danke für die Aufmerksamkeit.